Hallo zu einer neuen Aufnahme von Let's Play Minecraft mit eurem Dorf Steffen und ich wünsche euch natürlich viel Spaß und ja, gleich was von ab, dass ihr euch nicht wundert. Ich habe meine alte Heimatbier gefunden, wie ihr seht, da ist Häusle. Das habe ich nicht gebaut, offline, sondern das ist von langer Zeit noch gebautes Häuschen. Warte der Map, glaube ich. Das hier habe ich aufgebaut in einer Aufnahme, aber die habe ich selbst nicht so schön gefunden, und daher mache ich die noch einmal. Da darf ich nicht wundern, dass hier einiges ist, was in der letzten Aufnahmesechnung noch nicht zu sehen war. Das ist alles in einer Aufnahmesechnung, die ich dann nicht so gut fand und daher die Videos gerecht habe. Und die noch einmal komplett neu mache. So. Komme ich da wieder in eine alte Map? Das müsste ich eigentlich hier auch zu sehen sein, irgendwo. So. Eigentlich. Aber bis jetzt noch nicht. Da kommen wir hoch. So. Oh. Na. Ich müsste jetzt auf der Karte zu sehen sein. Aber es sieht schlecht aus. Wir versuchen jetzt mal die ganz alte Heimatbier zu finden. Ich glaube das war da lang. durch den tunnel durch genau das sind fackeln eine markierung der folgenwerte ich glaube es war wie ich mich noch recht ins sinne war es hier lang ich hoffe ich gehe jetzt richtig und ich gehe falsch wie schon mal okay das war da lang alles klar durch die schlucht hinten ich hasse wenn die nase läuft für eine aufnahme schweißhülle ach da bin ich ich bruch mal meine hand voll so immer hier weiter und so ich muss im winterbiom kommen theoretisch ich will hier winterbiom sein nach karte wo ich jetzt da unten an der kartenrand ja da oben ist der winterbiom ich will mich einfach mal nach oben soo wo bin ich soo irgendwo ist er ganz viel Wasser hallo ja ok da war eindeutig im kreis gelaufen oh god ich voll profi und ich hätte er schiefgehen können so ich jetzt hier lang ich hoffte dass es diesmal richtig rum ist ach da ach guck mal der fehl jetzt sehe ich wo ich bin da hoch da irgendwie dazu ich weiß ich habe hier voll der dacht rein glaube ich da gibt es wieder zombie gemetzte sieht schon sehr gut aus danach dass ich heute nacht reinkomme jetzt in der aufnahme ah ich habe es gefunden hoch zieht hoch ich komme juhu hoch zieht hoch ach da kann es mir nicht nur egal ch zu hopefully die heimat jubi 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 ich haue mit zur rust fress er wird wieder tag machen Ich bin von da oben gekommen, hehe, da ist ein Schneebiom. So, wie sieht's denn hier aus? Alles reif, wa? Fast. Jo, fast. So. 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 Ich hoffe, es hat euch viel Spaß gemacht, mutet, favorisiert mich, abonniert mich, gebt Kommentare, Daumen hoch oder Daumen runter, wie es euch gefallen hat, und ja, dann sage ich mal, tschau mit V, tschö mit Ö, und mögt ihr macht mit euch Zeit, meine jungen Padawane, euer Darth Steffen, tschau mit V, bye.